also meine kammer hier deine kammer alles voller auch und so hier machst du denn so deine und sein dein treffen und was momentan hast liebe ich trink mal kurz ich 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 Song läuft gerade. Danke Liz. Ja, auch Influencer-Gebühr natürlich. Ja, ja. Entschuldigung, ein paar Wochen. Hast du's satt, dass dir ständig die Munition ausgeht? Dann hab ich da was für dich, den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Besser kann man sein Geld nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch die Rezeptur für Bolzen anzulegen, damit du deine unzähligen Messer, in die du es, äh, Messer in du ernstes Bolzen verwandeln kannst. Verschwende nie wieder einen Gedanken an Munition. Und das ist noch nicht alles. An den Bolzen kannst du Näherungsminen als Minenaufsatz anbringen und die Waffe so quasi zum Minenwerfer umfunktionieren. Schießt sie direkt auf einen Gegner und sie explodieren auf der Stelle. Schießt auf eine Oberfläche und sie werden zur Näherungsmino. Du verlierst den Bolzen, aber das ist doch allemal wert. Ja. Ich weiß, dass du mich dazu animieren willst, dass ich das kaufe. Ich... Ich hab ja auch... hab ich ja auch vor. Oh, ich sag ne Annehmenaufgaben. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gern ein paar leckere Vipern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. Wäre jemand gewillt, mir zu helfen? Ja, das ist kein Wunder, dass der danach verregt. Willkommen. Was kann ich dich interessieren? Dankeschön. 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 Ja, das sieht jetzt ein bisschen voll hier aus. Das ist scheiße. Ja, das ist scheiße. So, ich muss mal versuchen, hier das ein bisschen zu sortieren, sonst wird es schwierig. Okay. 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 Danke, Trichter, für den Rage. Vielen Dank. Klingt aber wirklich knapp hier mit dem Platz. Scheiße. Deinen Platz habe ich hier noch. Hä? Dann als Rippchen. Sogar noch ein Erste-Hilfe-Spray. Aber auch mal weg. Ein bisschen sammeln. Ist jetzt Feierabend. Es ist ja auch schon 0.23 Uhr. Oha, was zur Hölle. Was ist denn das passiert? Zeit rennt. Ja, ich merke gerade. Uff. Kam mir so vor wie 22 Uhr. So ungefähr. Hui. Alles klar, Flo. Mach das. Ok. Puh. Over da. Neh? Das steht bereits. Beachtbar. Ich down. counters. Believe, dass ihr das seid. Vielen Dank. Wichtiger Penner. Oh, ist halt so. Pistol-Munition. Oh, nja. Nja, nja. Nja, nja. Das ist so, was ich noch gucken wollte. Das ist halt so. Das ist halt so. Das ist eine Aussparung. Und Baby Eagle? Ich muss das vorlesen, ey. Ich verstehe, ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Entweder hat die keine Voiceline gekriegt, oder die haben es vergessen, oder keine Ahnung. Die fehlt ja komplett ihre Voiceline. Oh je. Ich muss es dann danach patchen, oder so. Fuck, ich weiß nicht. 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 Okay. Ich weiß nicht. 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 Okay. Mir war alles kaputt. Das ist doch gerade nicht gefunkelt, oder habe ich was auf dem Auge? Ist da irgendeine Reflektierung gerade, ne? Scheißdreck. Alles klar, André? Danke, dass du da warst. Fortschritt 2 von 2, gut, haben wir erledigt. Gehen wir mal weiter. Diese Tür, ne? Dass die immer wieder zugeht. Nein, nein, nein. Ich speichere nochmal, dann gehen wir in diese scheiß Hölle runter. Ach ja. Attacke. Ja, sollte ich vielleicht nicht übertreiben mit Attacke. Habe ich Hölle gehört? Hölle, Hölle, Hölle! Guck mal, wir machen uns jetzt erstmal noch eine Abkürzung hier auf. Ja, gut. Hör, Hör. Hör, Hör. Hör. Das ist nicht nett. Und er lebt noch, das ist zum Kotzen einfach. Ja, cool, danke. Brenner selber, du blöder Sack. Natürlich lebt ihr noch. Okay. 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 Sollte ich noch mal das hier nehmen. Hier geht's. da war kein platz mehr hast du eine scheiße so das ist schön die dreckigen gegner so die ja finde ich auch eine zumutung ja 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 doch driver ja 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 ich auch das schlimme ist das passiert halt dann wenn du weg rennst von den gegnern dass du überall rein rennst ich hasse das einfach und das haben die halt mit absicht dann immer am weg alles sind gebaut und blöden pisse ich hasse so sehr ist einfach nur mehr abgefuckt und die sind wieder da ich habe einfach keinen platz mehr scheiße was mache ich denn jetzt das ist gerade echt kacke ja 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 echt super ja ja Gibt es irgendjemanden, der diese blauen Medaillons beseitigen kann? Das Gebiet ist mit ihnen verseucht und ich bin ihrer Gegenwart leid. Ich bin auch so einiges leid hier gerade. Ja, wow. Achter, diese Fratze einfach, ne, weil, das ist unfassbar, der einen angrinst. Ja, ich habe gar keinen Bock hier rein zu gehen. Ja, 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 ich höre dich schon. Ja, ich höre dich schon. Ja, ich höre dich schon. Ah, ich will nicht. Haben wir das jetzt eingesammelt? Hat der Vogel mir das gerade geklaut? Ich habe es jetzt gerade nicht mitbekommen. Sah so aus. Ich glaube, ich habe das nicht eingesammelt. Echt geil. Ja, ja, ich weiß, dass du noch auftauchen wirst. Benutzen. Geht nicht. Ich habe nur eine Heilung. Scheiße. Geht nicht. Ja, die Fökel sind schön. Ich weiß nicht, du hast eine Reaktion gemacht. So schön sich deine unbenutzten Waffen auch als Staubfänger eingeln. Wie wäre es, wenn du sie verkaufst und mit der Extrakohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt? Wenn du eine getunte Waffe verkaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du in ihrer Verbesserung gesteckt hast, zurück. Es gibt keinen Haken, Partner. Wir wollen nur dein Bestes. Ich habe aber keinen Platz. Hast du eine Platzerweiterung? Das nicht? Das ist da. Also, der andere wird nicht verhaftet. Du hast mir nicht gebeten, du hast mich verhaftet. Oh, was du gibst? Gib mir was anders! Gib mir doch mal was anderes. Ich merke den Tick, aber lass das bitte. Gut luck to you. Gut luck to you. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Without the necessary funds, I'm afraid we... See how that feels, mate. Fellow like yourself should notice the difference right away. Will that be all then? Come back anytime. Ja, ich muss jetzt mal mein Lager irgendwie aufräumen. Das ist ja richtig scheiße. Gut. 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 Trü trü. Ich kann es aber verstehen. Ich kann es aber noch nicht, ich kann es nicht kaufen, ne? Sechseckiges Teilstück A, okay. Okay. Da fahrst du einfach hier, ist okay. Irrwiga. Da fahrst du einfach. 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 Da fahrst du einfach.